Hallo und willkommen zurück, Squadys. Heute machen wir mal ein bisschen ruhigeres, entspannteres Gameplay als Commander. Hauen ein paar Artys über den Feind, halten unsere Jungs zusammen und spielen mal als Quick Reaction Force zwischen den Flammen. Wie man mehr oder weniger als ankernt, Pianja, over and out. Warte reinballern, schnappt euch die Smogs und schmeißt da rein. Ein Treffer, ein Miss. Easy, easy. Drei Miss, vier Miss, zwei Treffer. Gar kein Problem. Jungs, gebt euch mal Mühe. Da haben wir noch ein Treffer. Drei zu sieben. Drei zu acht. Drei zu neun. Ja, runterkommen. Da haben wir zwei Hits, sehr gut. Fünf zu neun. Fünf zu zehn. Wenigstens 50 Prozent, Jungs. Das ist doch schon mal besser als der Rest. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Tja, wer gesagt hat, man kann auf die Backhap keinen Spaß haben. Der hat das noch nicht gemacht. Einfach mal die Jungs ein bisschen bei der Stange halten. Ein bisschen entspannt machen. Das sind ein paar Granaten werfen. Und dann von der Flagge zur Flagge, weil es sonst ja keiner macht. So Jungs, wir bauen mal eine zweite ab. Fast. Danke. So, wo ist denn mit hier? Wo ist der Baden-Württemberg-Aufkleber? Ach, offene Radios sind die Besten. Lad mal 600 Muni aus, bitte. Und 600 Baupunkte. Zoomen wir mal einen Sorte, schönes Jungs. Und dann gehen wir auf die Kerndiff. Dumm Jungs, da kommen schon die ersten Gegner. Hört ihr das Geballer von da drüben? Äh, hast du die Klotsche weggefahren oder hier lassen? Lass den mal da, ich nehm ihn gleich mit. So, die Charleys. Ich würde sagen, die Bravos, sucht euch mal hier eine gute Position. Denkt dran, wir haben Gegner auf Movemark. Und die Charleys, move schon mal rüber. Ich brauche nochmal ganz kurz einen anderen Medic. Hier, einen Medic weiß ich mal anders zu. Von Charly. Richtung Charly, Richtung Charly, Max, ich seh schon Feind. Andere Flussseite drüben, ungefähr 100 Meter. Kapi, Entfernungsmarker steht, Jungs, ihr dürft gegenpushen. Sucht euch eine gute Position und pusht drauf. Der zweite Medic zu mir, der ohne Scope, ne, Sinnix. Ihr beiden Hübschen, guckt mal, ob die Fahrzeuge noch was brauchen. Squad 11. Ah, meine Damen. Yes, yes. Ja, keine Sorge, du stehst gleich da, anders gut. Habt ihr da Infanterie? Ja, es gibt nur Infanterie. Ne, ich meine, also Enemy Contact. Ja, 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 es gibt nur Infanterie. Weißt du was? Ich leg mal kurz den Rally hier an. Und dann musst du für mich den Lodge reinmachen, sieh. Ja, komm rein. Es war nur eine Person, also es könnte, äh, äh, wie nicht lecker, ne, bis sieh. Copy. Angel. Denkt rein, Jungs, langsames vorpushen. Ich muss mal kurz an die Hub. Kannst du deinen Lodge reinmachen? Muss leider an die Drohne, wegen Timing. Ich lad mal schnell kurz aus. Du kannst auch einfach aufpassen. Das wäre schon. Ja. Dann, jetzt übernimm das Steuern. Hm, ich bin kurz an der Drohne. Genau, kannst du Lodge reinmachen. Das Fahrzeug dann rein, und dann kann man in die Hand fahren. Du nimmst der Hälfte mit. Äh, okay. Copy, sag 8, du kannst bei mir reparieren. Ich hab genug Baupunkte ausgeladen, damit du reparieren kannst. Bitte nach Norden auf Deck, Charlie. Genau, Deck nach Norden ab, Jungs. Gegner kommt von hier ursprünglich. Ich guck's mir gleich an. Ich such mal kurz die F-100 für die Def. Ich glaub ihr macht langsam, Jungs, und fass halt euch ein bisschen. Wir haben eigentlich gerade geschossen, weil sie haben auf grad gar nichts geschossen. Ich glaub für ein Rätsel. Ein Mysterium. Ein Feindmörser markiert auf Cannabis Farm mit Mimark. Die haben auch eine Tau auf Cannabis Kaffee. Wenn ihr mir genau was markieren könnt, irgendwas, das offen ist. Ich hab noch genau zwei Minuten, dann kommt der Strike. Was war denn das am Ende? Feindmörser geht rund auf Cannabis. Mehr ist möglich an der westlichen Tau von G-6 Center. Der ZTD ist wie man geht. Beide akkurat markiert. Ein Feindkontakt, sonst ist die Richtung, wo wir herkamern. Da war ein Feind Südosten. Kappee, Jungs. Ich sehe von den guten Feind gehoren. Auf Charlie, Mark Feind. Kappee, Jungs. Räumt frei. Göstlich, kommt nur uns rein. Achtung, zehn Feinde hinter dir. Eins Feinde voraus. Kappee. Ich sehe keine Hub, die die aktiv benutzen. Die greifen nur mit Rallys an. Beim P-E-Märker. Ich wiederhole, keine aktive Hub aktuellen. Beide ZTDs, ja. Ich habe ihn nicht getroffen, glaube ich. Bei Bravo ist hell. Bei Bravo mag es ein Feinde. Okay, wir machen Feinde. Ja, da steht auch ein Lodgy. An unsere Fahrzeugbesatzung. Ich habe ein Lodgy auch geschert. Guck mal auf meinen Rufmarker, bitte. Da steht ein Feind, Lodgy. Guck mal, ob die gebaut haben. Genauer kann ich den Marker nicht setzen. Okay, äh, wo sind die in der Ferne? Im Kostenbaut haben. Im Kosten. Feind, hab Roxy auf Cannabis-Vecap. Probieren. Wenn ihr irgendein Ziel braucht, die Fahrzeuge kommen jetzt rein. Achtung, auf Cannabis fahren. Die schweren Fahrzeuge von denen fahren zu euch. Marker kommen. Äh, Heli könnte nochmal versuchen anzufliegen. Der Süden sieht relativ clear aus. Ein Lodgy fährt durchs Wasser. Nein, nein, mein Fahrzeug ist bei 9 aufpassen. Na, hast du bei 7, du bekommst Fahrzeugkontakt. Marker exakt. Wo? Äh, ich kann mir das gerade nicht sagen. Die werden schon von der 50er getötet. Alles gut. Ja, man trat aber gerade an. Süden, äh, Dietbocker. Ja, die sind gut hier. Äh, Südostel. Sehr gut, Jungs. Einmal langsamer machen. Transporter, Lodgy, ich konnte nicht sehen. 11 kannst du nachrücken. 3 kann auch noch Leute aufnehmen. Bisschen Lodgy. Ist aber down direkt. 11, wenn du jetzt einfach zu mir kommst, war ultra geil. Weil bei dir ist keine Flagge und bei mir schon. Und auf da, wo du einen Hornstuhl, da ist die... Äh, ein Lärm. Einmal wiederholen, Lennart-Mitte. Fahrzeug in den 2. Der HUB ist proxy, warum? Wir nehmen Fynden hier hinverdrehen. Fynd heißt Stage Down of Cannabis und wir kippen an. Der HUB ist blockiert. Rauh, nimmt ein. Das Fahrzeug ist jetzt raus. Könnt ihr mal... Es kommt bei. Der HUB ist blockiert. So Mann, zeig's mir. Zeig's mir. Flugzeug. Ich bin zwei, ich kann die Fahrleute zurückschicken. Alles okay, schon, ist okay. Man geht mal die ZTDs, bitte auch als MBTs. Einer ist raus von denen, einer steht noch auf der Straße, PUE2. So Jungs, 14 Minuten, RT-Strike. Also beide ZTDs leben noch nicht. Drei, kannst du mich ausholen? Kannst du meine Jungs abholen? Rausholen. Jungs, komm mal zu mir. Abfahrt, wir machen einen Airdop. Ja, ja. Guck mal, ich brauch ungefähr noch eine Minute, bis ich die Jungs hier alle hab auf Position. Dann bringst du uns rüber. Ja. Acht, ich würd das Radio dann hier abbauen. Ja, wir sind gleich repariert. Dann baue ich das Radio noch hier ab und dann zieh ich raus. Kann dann vielleicht jemand als Ersatz auf diesem Bunker eine Repair Station stellen? Ja. Fünf ist vor Ort. Fünf kannst du eine Repair Station da hinstellen? Pass auf Squad Lead, auf deiner Seite, auf meiner Höhe. Okay. Der liegt an der Strasse. An der Strasse hier? Ja, auf deiner Seite. Ja, aber den ZTDs. Direkt unter mir an der Strasse. Ja. 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 Ich muss noch ein Radio wegschaufeln. Ich schaufel das Radio noch weg, ich will keine Tickets leisten. Ja. Jungs abschaufeln. Und denkt an den einen Feind, den er noch leckt. Solang der nicht tot ist. Der hat nur zwei jetzt bekommen. Ich schaufel schnell das Radio ab. Und dann müssten wir irgendwie versuchen da drauf zu landen auf Cannabis Farm oder so leer. Wir brauchen eigentlich nur Mail-Fahrtree oder irgendwas in die Fahrzeuge. Ich hab gleich noch einen HUD und einen LUT. Wenn ich nicht auf Cannabis Farm runterkomme, werden wir jetzt überleben mit dem Mail-Drop. Also direkt drauf. Wie gesagt nicht, weil da CPL ist. Wenn er nördlich irgendwie. Ja, kommt hier. So Jungs, ihr steigt gleich in 3 ein. Kannst kommen 3. Einfach hier irgendwo auf der Strasse. Der zweite Mail-Drop kommt zu mir. Der zweite Mail-Drop. In der Alpha Mail-Drop. Ja, mit dem Steuer kommt es rein. Ich werde bei mir. Komm mit. Ja, genau. Wir werden die abbauen. Und wir sind in der Welt. Da sitzt ihr einfach irgendwo auf der Def-Up, wo du denkst, dass es gut ist. Bei Cannabis oder was? Genau, irgendwo, dass sie runterkommen können. Du hast freie Handbeine absitzen. Selbens der Umschauer bringt euch jetzt auf Cannabis Farm runter. Das zu verstärken und ich versuche die abzubauen. Ich habe immer an der Repair Station gesetzt. Weil so ein Hubschrauber, der zieht recht schnell an. Also rechnet damit, dass sobald ihr gelandet seid, dass da Feindfahrzeuge kommen. Das heißt, splittet euch ab und lauft langsam in Richtung Cannabis. Alles klar. Also rechnet direkt mit hartem Kontakt. Ja. Die haben noch zwei Fahrzeuge. Ich habe eins rausgeschossen. Wir würden erst mal eine Tower-Funk ersetzen. Wird euch noch mal die GT hier runterziehen. Bei dir. Ich glaube, das wird dann deren Backup-Hop sein. Ich bin gespannt. Ach, kannst du mich vorfahren? Ich habe keine Ahnung, wo der hin ist. Dann rein da, Jungs. Wie bitte? Wir haben ja gesagt mal heute, dass da gerade eine Hart markiert wurde. Ja, habe ich ihn durchgegeben. Die stimmt, ja. Smog, die haben wir auf Smogs. Versuch zu überleben, Jungs. Alter, wegen den Zehnenkriegen. Ich hatte es schnell, warte. Oh, das ist sowieso gewinnt. Wolltest du mir das mitteilen, Alter. Ja, aber nächstes Mal. Jetzt hast du es gelernt auf die Harte Tour. Das heißt, jetzt weißt du warum. Beziehungsweise jetzt hast du es verstanden. Das ist alles nur deine Schuld. Kann ich gleich machen, sorry. Auch wenn wir im Fahrzeug, LMG oder HMG. Verbrechen, versucht euch zu lösen und rein in die Abzukommen. Das ist heiß bei euch. Denkt dran, wir haben Kanales fahren wir nicht gesichert. Ja, wir können nach der Objective. Ja, wir können in der Tralk einsteigen und nach Objective fahren. Wenn sie das wollen. Das Problem ist, ich muss halt echt auf drei Karten gleichzeitig unterwegs sein und auf zwei Funkkanälen. Irgendwo fährt jetzt der TD um sechs. Lass uns erst mal einen Kaffee nachmachen. Ich muss mir gleich mal einen neuen holen. So, es sind acht Minuten, jetzt Feuerwerk. Mögt ihr Feuerwerk? Ich mag Feuerwerk. Ja, ich habe direkt die Tau hier hingesetzt. Ah ja. Weißt du, ob du das hast oder die Repair? So, ja. 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 Ja, da heißt es. Ja. Ich habe eine Lodge, wenn du einen Platz würdest. Ah, ich bin. Ah, wo ist es? Ich habe nicht mehr als Hauptbasis. Ausladen wir? Oder? Ja, jetzt kannst du ausladen. Ich mag deinen Akzent für den Mech, sehr angelenkt. Wollen wir nur 500 Baupunkte? Okay, das ist ein Problem, egal. Alles gut, alles gut. Passiert, wir können immer noch die Abdeuer. Solange wir noch eine abbauen können, bezahlt keine Munition. Er braucht schon eine Munition, völlig überbewertet. Ja, das geht, du kannst zu mir kommen. Ja. Alles gut, alles gut. 20 bis zum Rally. Copy. Guckt mal, dass ihr noch oben ein bisschen liegen bleibt. Ich baue euch eine Hub, dann könnt ihr ein bisschen pushen. Ihr könnt eigentlich alle ranlaufen, die strugglen richtig, das aufrecht zu halten. Ihr kriegt gleich eine andere Hub, Jungs. Und ich habe genau noch 7 Minuten 30 für die Arty, die kommt dann auf cooldown. Alles gut, 7. Guck mal, hier ist doch hübsch, da sieht uns keiner. Da setzen wir eine App hin. Schön in den Lowgrounds, auf dem Highground. Ja. So Jungs, Hub geht gleich online. Ah, ja, ja. Feinde, Cap'n Cannabis mit 3. Copy. Ihr kriegt gleich Verstärkung, Hub geht online. So Jungs, ihr könnt am Rally spawnen. Spawn am Rally. Und dann lauft die Movemarker lang. Dann habt ihr einen besseren Angriffswinkel. Fadlicher Lodgy. Fadlicher Lodgy. Fadlicher Lodgy. Fadlicher Lodgy, wo an unserem Radio. Ja, bei der Brücke. Ja, hier ist er. Das ist eine gute Frage, der Engine war in Stuttgart und er hat geschossen. Ist voll ein Heavy, eigentlich. Squad 12, Squad 9, es könnte sein, dass wir Gegner 5 POVs haben. Unser Rallye ist weg und Squad 4 wird draus gemacht. Ok, da haben wir auch noch Gegner, ok. Ah, der eine am Launcher hat noch zwei Hits. Copy, dann spawnen dann der Hapna. Dann müssen wir kurz hier aufräumen, Jungs. Squad 12, aufpassen, südlich könnte was sein. Ich mache einfach Symbole. Ja, Entschuldigung für die Supersage. Alles gut. Ok. Ich denke, wir haben noch Chinesen Richtung. Das haben wir hier schon. Ja, könnten wir hier rein spuren. Wir haben schon zwei Fahrzeuge. Copy. Auf Charlie Auge. Habt ihr das Radion? Guck mal, Jungs, das Radion wird hier oben stehen. Copy. Die haben jetzt gleich den Cap wieder 100% unter Kontrolle. Also vom Cap her. Die Jungs ranrücken, da ist eine Eingesner. Wenn wir sie weitermachen, kriegen wir die Easy gleich. Ja, Defense werden wir gerade aus dem Süden auf jeden Fall angriffen. Die Jungs, die bei mir sind. Wir besuchen die Chinesen. Da ist einer. Perfekt, der ist weg. Auf meine Leiche ist einer. Fuck. Alles gut, go D. Die Leute können ich vielleicht aufheben. Meine Medic holt dich. Bruno. Ja. Ich gehöre dich. So, warte. Jungs, hol dich mal an. Ja, pass auf. Die gucken in unsere Richtung. Zumindest in meine Richtung. So, für die Leute, die noch angreifen wollen, benutzt sie hab. Ich muss das Radion wieder aufschaufeln, ist das auch bekannt. Beine haben auch noch auf POE 2 Marker irgendwo nach. Da spawnen auf jeden Fall Leute nach. Und pushen die neue Angriffsab. Pass auf, 9. Ja, das pushen wir jetzt. So, Jungs, könnt ihr das Radion abschaufeln. Wir müssen leider wieder umsasseln. Einmal Radion abschaufeln, Jungs. Mäßig gerade. Ja, Jungs, Radion abschaufeln. Radion abschaufeln, Jungs. Ja, man. So, Feind tot, Jungs. Radion abschaufeln. Radion abschaufeln. Also, dieses Gefühl irgendwie gar nichts. Kein Feind mehr, Jungs. Ich konnte Radion legen. Alles entspannt. Schaufelt Radion wieder ab. Lennart, ich könnte dich jederzeit tief in Radion überfliegen. An den Hart, du kannst das Fahrzeug kaputt machen. Munition geht zum Fahrzeug. Lennart. Ah, der war meint. Der ZDD kommt schon wieder nach. Spawn am Berlin nach in den Fahrzeug, Jungs. Ich bin nicht da, oder? Luftschlag haben wir in vier Minuten. Freunde kommen aus Südosten von Cannabis 11. Eben. Rein. Oh ja. Und das Radio wird ja auch schon markiert. Copy. Dann versuchen wir das jetzt rauszunehmen und dann greift ihr aus Norden an. Kommt alle rein. Aber Achtung, da oben sind zwei Fahrzeuge. Copy. Achtung, wir haben ein Nordteil Fahrzeuge. Komisch nämlich, DM bitte. Copy, Jungs. Ich setze euch dann im Süden ab und dann müsst ihr mit Rally arbeiten. Ich habe vier Minuten auf die Artillerie. Ich wiederhole, vier Minuten auf die Artillerie. Feindfahrzeuge im Norden, die Hab im Norden ist bestätigt. 9 sucht vielleicht noch eine mögliche Backup. Zieh die Art, die dann einfach grüner fallen nach Norden. Genau, das war der Plan. Ich muss erstmal nachlassen. Ganz ruhig, Jungs. Überlebnis. Die können ja nix. Treffen könnt ihr auch nicht. Es kommt davon, wenn man warten bei China. Ja, sterben könnt ihr. Und Masse haben sie. Ja, ich hab's ihnen gesagt. Alles gut, Jungs. Wir haben ja keinen Briten-Logging. Nein, nee, vu-ru-ru. Liebe, du bist ein großer Gäste. Good-Alt, made-U-SNA und so. 3.000 horsepower. Made in Germany und re-branded in Amerika. Fahrzeug direkt auf Charlie Augenmark, der in LRV Copy Oh, das Rally ist wirklich dead in the open Hey Jungs, ich leg euch einfach einen Rally, das dauert so lange, ich muss wieder zurück Achtung, der Rally wird vom Fahrzeug abgamed Copy, nicht am Rally spawnen Jungs, ich leg euch gleich einen neuen Repair Station und MBT im Norden ist Erkobat Die Rally mark ist genauer, auf K-Minnapurton, es ist wirklich genauer, sie laden das Fahrzeug abgamed 1.40 für Airstrike, Barrage in Norden Übrigens, ich leg hier unten in die Senke das Rally rein, dann könnt ihr auf die DEV gehen Habt ihr mal eine zweite Möglichkeit reinzuspawnen Euer Collector's Ziel ist das hier, ich muss schnell respawnen Ich muss leider noch Command-Sachen machen 3, wo ist es dort? 11, kannst du den Lodgy noch retten Versuch ein Schraub und Top, 2, 3, 3, 3 Jungs, wenn ihr Muni braucht, hier ist eine Muni-Kiste Verlangen Ich fährst dann rein Tschüss Entern Jungs, Ziel ist hier Gleich kommt ein Strike Ist die Artie denn ready? Artie ist ready in exakt 90 Sekunden Feinfahrzeug kommt aus Osten, auf der Straße Soll ich dir schon mal gleich einen Request geben? Ja, kannst du schon machen, dann gehts schneller Ich muss jetzt verlegen und setz ihn einfach irgendwo da auf Farm und dann ziehe ich ihn nach Norden raus Richtung Hub und Radio Ich setze ihn da nördlich in diese Waldstrecke Ja, der MBT ist zwischen Norden und Nordwesten höre ich den Kuppe Jungs, dann versucht erstmal die Hub freizumachen Für mich hat sie Radio und Hub retten Dann kommt der Strike in den nördlichen Teil MBT von der Kabe ist Nein, es war zu früh, glaube ich Ich mach ihn gleich nochmal Ja, versuch ihn direkt auf deren Radio raufzuhauen So hier, dann kann ich nach Norden ziehen Dann kann man die Straße freimachen Ich mach ihn Danger Close hier Jetzt haute ich ja gar nichts Zur Not kann ich auf die Drohne nehmen Wie viel Timer hast du? 40 Ich hab den Request genau da, wo du den brauchst Passt, passt Rechne mit der Artillerie Power English speaking audience Artillery is going out Danger Close 4-Eye Marketer Ja, machst du erst direkt dann auf die Cap oder auf die Hub von denen? Ähm Ich machs direkt auf die von Radio zu Hub Radio Also es geht quasi von hier unten dem Move Marker hoch zu dem anderen Passport Ihr sehts gleich auf der Karte Ich muss erstmal rein spawnen, dann kann ich die ganzen Marker machen Ich muss erstmal rein Ihr pusht weiter vom Radio aus Richtung Hub und versucht die Hub zu retten Mit der Artillerie müssten wir das dann halten können und uns überrennen Das ist so die Theorie Er ist von rechts nach links weiter gefahren in den Wald rein Okay Aber die werden da wahrscheinlich was bauen und von da aus dann auch gleich kommen So Artillerie Strike ist raus Denkt dann der ist Danger Close Meine Jungs versuchten noch die Hub zu retten Wir brauchen eigentlich ein paar Leute So Jungs guck mal auf die Karte die Artillerie kommt Ja ja das klingt easy Bei dem PI Marker südlich seid ihr sicher Guck mal südlich von den Markern Bei der Hälfte der Abseite seid ihr sicher fahrt der Artillerie Ja das ist ziemlich recht akkuratisch Lauft über den Move Marker Richtung Hub und Radio Also vom Move Marker nach Brabock Ihr müsst gleich safe sein Nein Feinde aus 105 Die kommen an Requesting UAB Support Na jetzt kurz für den Gegner bei dir Achtung Was passiert mit mir? Aus 105 Was passiert mit dir? Hier? Ja wir haben Gegner langsam hier Oben an der Toe sind Gegner Wir haben Gegner im Ich muss mal steuern die Drohne Jungs Artillerie ist raus Boren nochmal alle rein und überrascht den Feind Wenn ihr tot seid Die Jungs dürft ihr nachspawn Nach 15 Sekunden Wir müssen jetzt Druck machen Schöööner Druck machen Achtung Artillerie fängt an Perché hier steht er direkt neben dem Radio Oder da wo das Radio markiert ist Oh lecker! ab geht live, ab geht live, versucht wenn die totale basieren zu lassen ja jetzt müsst ihr reinzubauen die erste seile war richtig gefetzt ja nicht gut genug die haben es noch online steht exakt auf 5 malen radio steht daneben, radio stage 2 spot one rein, wenn die totale basieren von voll rein und fern aus die geht automatisch raus das radio steht direkt daneben beides ist exakt markiert schickt eure toten in andere Führung sondern rein auf Cannabis so bei denen Feinfahrzeuge sind getroffen ich markier nochmal deren Fahrzeuge wir stehen grad beide nebeneinander zwei Feinfahrzeuge sind Command Mark direkt bei dir sechs zwei stück keine ahnung was ich markier jetzt mal den Panzer weil das jemand wollte die zweite hub übrigens von denen ist völlig offen ZBL kommt auf Cannabis markaufs pushen direkt auf die hub genau die hub ist prox, die radio steht daneben das radio ist schon stagged durch die Atelier Feinfahrzeuge kommt rein Jungs hier kommt Feinfahrzeug guck mal vielleicht könnt ich's tracken, steht direkt vor der Tür direkt hier sehr schön noch ein hit und dann ist raus radio ist stagged, da ist unter Kontrolle sehr gut Jungs Feinfahrzeug hat auch schon zwei hits gekriegt von meinen Latz da fehlt noch ein Latte der kriecht raus hinter den Nordhaben ist noch aktiv wenn irgendjemand wenn jemand kann nochmal 10 auf dich fährt Feinfahrzeug 10 ich wiederhole Feinfahrzeug fährt auf dich zu ok das ist genau period marker 2 ich verpiss mich ok der guckt in deine Richtung naja alles gut wenn du grad ausfährst kommst du raus halt dich links dann überlebst du copy haben wir Immerser zufällig weil den radio steht völlig offen da könne jedes Fahrzeug hindfahrens rausschießen eh steht mitten am offenem Fell das ist nur leider nicht machbar weil die ganze zeit ZBL und ZTD und MMT rumgußen ja alles gut 12 du kannst übrigens rausziehen schaufel das radio weg und zieh dich raus ich würde 12 von 5 rauszug aus der def wir kriegen eine arbeitsfarme auf jeden fall durch könnte dann angreifen gehen mir wäre es aber lieb wenn ihr das radio im norden noch rausnehmen die kommen jetzt glaube ich aus richtung norden ja ja die kommen aus norden ich markiere ich lade jetzt 600 aus ich markieren muss ich viel weg machen an markern shit ich muss aber so viel markieren gleichzeitig aber einer muss bei deiner leiche eine in der nähe markieren wir müssen rausziehen schaufel mir das radio ab bitte los los radio weg wir brauchen das nicht mehr kommt mal einer zu mir ans radio das radio muss weg und dann dürfte er aufgeben oder dem fein gegenlaufen mir egal aber erst mal radio weg machen und dann abzug ihr dürft jetzt angreifen gehen jungs das war's mit der def jetzt auf der spaß der ist auf dem gebäude autos gerannt äh gerannt aber erstmal radio weg schaufel radio steht bei der arm wir hatten kontakt zum kettenfahrzeug süd hallo ganz rein spawn wir verteidigen gerade der cannabis farm fein kommt vom observe marker aus und dann gibt mir irgendjemand in meinen kopf schoß ich unbe kurzen kaffee ich brauche euch entweder im angriff oder der verteidigung und zwar gestern und dann gibt mir irgendjemand in meinen kopf schoß ich unbe kurzen kaffee da so cmd ist wieder da brauche ich auch viel jungs noch da guter flex guter guter noch guter 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 wir sind nachher sons nachher nachher jungs wenn die in der sterben noch nicht es ist nächste artillerie sechs minuten 50 wir haben zwei weeks im westen cannabis wir brauchen hier so ein bisschen AT, LATS und LATS Ich hab alle meine HATS und LATS oben im Norden auf dem Fahrzeug Guck mal, dass ihr eure LATS und LATS auch rauscheckt Die HATS und LATS, eure Primärzelle, sind die Fahrzeuge Lass mich auf und den M-MIT, die zurück, was soll es? Steht die Fahrzeuge? Ja, M-MIT steht noch aktuell hier So Jungs, wenn ihr den extra steppt, kannst du mich noch kurz umdrehen, bitte Teil Ich muss schon wieder verschieben Die Mörser sind offlandert, die kommen auf einmal an Gerade ist er bestand da und ich hab's unten Ja, die ersten Troll Deine Richtung, also hier unten Die hat jetzt gefickt Wir machen was Ich meine, wir müssen das für ein Glied irgendwie Copy, es ist die Charlies, wenn ihr könnt, versucht rauszupuschen Ja, auf deiner Position ist es Wimten, Wimten, Wimten Deine Position Kannst es weiter lassen Naga kommt Die Bravos ist euer Primärzelle, die Charlies versucht nach Norden rauszurücken Wenn ihr sterbt, haltet den Spawn Jungs 3, kannst mich aus der Main abholen Kann ich machen Ich korrigiere gleich noch die, oder schauen wir die ersten Einschläge an Wenn du mich anfickst, 3, setz ich eine Attacke Kann ich probieren, warte los Wir haben schon ein Toter Wir haben schon einen Toter Wir haben schon einen Anpassort Bis auf den 8, den brauche ich auch nicht mehr LF Bis auf den 1 und bis auf den 1, den Ja, wir haben schon einen Anpassort Wir haben schon einen Anpassort Dann sind wir gestrichen, wir sind ja praktisch Ja, ja Ja Vielleicht einen Kapsell Wir haben noch ein bisschen rot Wir haben noch ein bisschen rot Den Kram Hansen lassen uns an Freirich zu bewegen Ich nenne euch am besten noch Jivek, Jivek, die wir da hinten bleiben, da bestimmt noch kein Wort, da oben schon was zu loben. Ich habe hier vier kann fliegen, vier kannst du misupplyen auf Cannabis, Trinkabahnen in der MBT. Das wird schwierig, oder? Ich denke schon, ja, aber ihr könnt unten den Command Launcher nehmen, da sind noch 2000 Munitionspunkte drin, wenn man einen vorher falsch eingeladen hat. Der muss halt gerettet werden. Man kommt auch von Süden, kommt man ran mit dem Heli, relativ tief, das hat vier jetzt auch schon gemacht. Musik Hey, swing those hips around Can't stop, roll back down My lady's short, tall, thin, old wide Always down and ready to ride One by one, billion by billion Can hold it up half the sky Raise your hand if you're ready and willing If you know it's time Time for a girl on time Time, time for a girl on time